hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play luigi's mansion ja im letzten part haben wir ja als erstes als letztes die eiselement münze bekommen dann würde ich sagen nutzen war jetzt auch mal gott lasst mich noch alle in ruhe so nutzen wir das jetzt am besten auch mal aus und gehen hier wieder zurück ins bad jetzt habe ich es gesagt so schnell ausweichen doch geschafft so dann wollen wir mal ha-ha-chin Mist na aber es sieht nicht so furchtbar schwer aus ähm ja auch nicht schlecht Mist hey da war noch eben eine Perle auf der Badewanne oder na hier jetzt hängt sie da glitsch da rum toll so ist noch 20 los wirklich das schaffst du jetzt aber yeah und das bad ist rein okay schon wieder kein boohu hier Mario okay mir ist eigentlich hier wieder ein Herz ne leider nicht Mist oh ja oh oh noch ein Schlüssel wofür ist denn der jetzt ach da unten oh heftig jetzt öffnen sich einmal langsam alle Räume ach das ist ja eigentlich die letzte verschlossene Tür hier fehlt noch ein Schlüssel und hier alle aber warum auch nicht wir müssten sowieso mal in die zweite Etage mal gucken was da abgeht ui ach der explodiert einfach nur okay warum denn nicht da fallen die Mäuse schon glatt von der Decke du da fallen die Mäuse schon glatt von der Decke du wo waren wir eigentlich noch nicht ja erste Etage ach ja da könnten wir ja mal rein und gucken was jetzt hier was da für eine Party steigt ach ich bräuchte vielleicht einen Feuergeist um hier die ganzen Kerzen zu entzünden aber hier waren wir noch gar nicht drin oder ach so das ist ja auch witzig Astralsaal weil wir bräuchten mal einen Feuergeist hö ich hab doch allein gesorgt hö was geht denn hier ach so äh ich will gar nicht wissen was da drin ist ach so das ist die einzige verschlossene Tür noch oh 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 wo kommen die denn auf einmal her ach jetzt sind wir hier oben sieht ja aus wie das Dachgeschoss was ich hab das Gefühl ich könnte hingegen es auch ein bisschen lauter machen Mario ja so ist gut wow hey wie inwiefern hat mich das denn jetzt er wow wo kommen die denn alle her ja so ich bin durchgekommen nein diesmal nicht ich würde sagen wir gehen wieder runter und ja irgendwie siehts wieder ein bisschen mau aus mit dem Herzen ähm ähm gelbschein ok hm 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 ich hab immer mal das Gefühl dass das Spiel einführt wenn ich durch diese Tür gehe Oh, Luigi! Ja man, natürlich wieder Mario ganz leise. ist doch nicht wahr, kriegt man mal ein bisschen Herz sonst ist einem gleich wieder abgezogen auch interessant oh, Herz so, geht doch er hat die Tür sich jetzt geöffnet, aber ich möchte noch mal probieren ob wir jetzt durch dadurch, dass wir jetzt Eis absondern können ihn hier vom Essen abhalten können der lässt sich dadurch nicht wirklich stören und wenn wir seinem Essen kalt machen ne ganz fett war es wollte ich nicht Feuer holen oder später so, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal was ich hier drin befinde ne, wir speichern noch mal vorher sicher ist sicher also ist eigentlich besser also, ja, ich speichere einfach und sorgt dazu nichts weiter mehr ja, man kann ja nie wissen ob jetzt auf einmal die Tür hinter einem abgeschlossen wird und man kommt nicht mehr raus so wo sind die denn jetzt? Ach hier und Luigi öffnet ganz episch die Tür episch ach gut, doch nicht ok ich muss bestimmt warten bis er da seinen Zug macht und dann kann ich ihn überraschen ähm wieso was hat denn das zu bedeuten? und was befinden sie hier? ach nö ich hab gerade gar nicht gelesen was da stand welcher Raum das hier ist ich muss hier alles abklopfen dann kommt irgendwann ein Geist ok ok scheint hier überhaupt was? ah Filmraum, ok na los ähm ähm wieso das ist schon lange? Mist zu weit weg ah das war schon mal gut das war schon mal gut ah ja der konnte sich nicht mehr so wieder bestreien der konnte sich nicht mehr so wieder bestreien ist ja noch einer ok guck mal her ja jetzt sind es drei das ist ja der kann sich nicht mehr so wieder Ähm, ja. Hier geht's gerade ganz schön ab. Wenn das der letzte ist, dann ist es gut. Ah! So langsam wurde ich ja schon hoppig. Aber ich habe eigentlich dadurch, dass ich jetzt noch Herz gekriegt habe, gar nichts verloren an dem. Ach, ein Handschuh von Mario. Ah, Marios Handschuh. Igitt, der ist ganz verspitz. Hätte ich mir auch denken können. Mario! Ja, wird hier jetzt bitte mal. Ähm, ja. Nach dem Wieser-Kunsch dabei. Da eben hier. Da durften sauber. Zambu! Oh, das war nicht so schwer. Das ist der geborene Wuhi-Jäger, Luigi. Okay, du kannst mir jetzt den Buch schicken und mir deine sämtlichen Daten senden. Okay. Mach' ich doch gern. Geh' nach, Luigi. Geh' nach, Luigi. Das ist ja gut. Das befindet sich... Nein, das wollte ich grad nicht. Ich wollte so gucken. Krieg ich eigentlich noch was, wenn ich wieder hier die Lampe putze? Ne. Und hier? Auch nicht. Okay, ich wollte sagen, da das hier gerade so gut passt, wende ich dir wieder den Park und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, Mario!